Jo, mein Lieben Freunde, was geht ab? Georg Zwieser, nochmal back on YouTube. Ein ganz kurzes Video auf meinem Kanal. Wie ihr alle wisst, hat ApoRed seinen Track rausgeballert mit dem Babawagen. Doch der neue Track hat er wieder gelöscht. Die Frage aller Fragen ist, wieso? Und ich weiß auch genau warum. Viele Vermutungen, aber der Hauptgrund, was ich denke, ist, in diesem Video hat man das Kennzeichen vom Auto gesehen. Beim ersten Track nichts. Ich glaube, dass ApoRed vergessen hat, dass er diese Nummern zensiert und somit hat er schnell das Video gelöscht, um das nachzuholen. Ich hoffe, mein Lieben Freunde, ich könnte euch somit weiterhelfen, weil wie ihr wisst, mein Lieben Freunde, ein Nummerntafel bei Autos ist momentan sehr wichtig. KS Freak hat die größten Probleme momentan, weil er sein Nummernschild hergezeigt hat. Und ich glaube, ApoRed möchte diese Probleme nicht haben, hat es schnell gelöscht, um das nicht zu verbreiten. Der alte Track von dem Babawagen, da ist auch das Nummernschild verdeckt. Mit diesem Wort, mein Lieben Freunde, beende ich dieses Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch, wie gesagt, gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Peace out.